Hallo meine lieben Freunde, heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht. Beides leider wie immer die Trading-Abzocke. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Anrufen. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Mein Name ist David Müller und ich rufe Sie von Darkin Group an. David Müller? Und Sie haben eine Anmeldung für Bitcoin gemacht, ist das richtig? Von Zain-Wanden. Wer bitte? Von Zain-Wanden. Äh, warte, ich schaue mal. Äh, Vorsicht. Oh, habt ihr gerade wieder jemanden erfolgreich beschissen? Ne, ne, nein. Warum klatschen die denn? Hä? Warum klatschen die denn? Ja, weil hier viele Leute sind, deswegen. Ja, weil hier jemand auszurüsten. Wie bitte? Ich sage, das ist ja kein Grund, da auszurasten. Ne, kein auszurasten. Also auszurasten, wie Sie sagen. Sie haben die Anmeldung vor 16 Stunden gemacht. Vor 16 Stunden? Ja. Und auf welcher Seite? Bei Darkin Group. Ich habe eine E-Mail geschickt. Ja, eine E-Mail. Da ist die Seite auch, mit dem Link von unserer Seite. Ich habe meinen Computer noch gar nicht an. So. Können Sie mir den E-Mail sagen und ich schicke den, den Seite? Ich dachte, ihr habt ihn geschickt. Ja, also, vielleicht ist das nicht Ihre E-Mail. Knusma.flocke.webmailer.com Ja, ne, das ist das nicht meine. Da muss hinten stehen, atmdcfun.de Ah, deswegen ist das nicht gekommen, weil das falsch ist. Ja, dann müssen wir das ändern. So, können Sie mir das buchstabieren dann, von Anfang? Na, der Vorname.nachname bleibt genau der gleiche. Ja, sagen Sie mir komplett von Anfang an und buchstabieren Sie bitte. Damit ich nochmal den E-Mail schicke. Ja, und dann atmdcfun.de Also, von Anfang der Name, Nachname, wie Sie es haben. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock. Wieso haben Sie keinen Bock? Ja, na, weil es doch da steht. Ja, weil das hier falsch ist, habe ich doch gesagt. Das ist doch nicht Ihre E-Mail. Haben Sie falsch geschrieben? Na, nur das AdWeb ist ja falsch. So, Name ist... Na, so wie es da steht. Steiner. Steiner. Und dann? At. At. Md. Md. Cc. Cc. Fun. F. U. N. Punkt. Hm. Okay, ganz kurz. Also, ich schicke den Link, wo Sie die Anmeldung gemacht haben, ja? Hm. Ganz kurz. Schauen Sie mal. Ich bin ja noch nicht im Computer. Ja, also ich habe den Link geschickt. Und, haben Sie es? Weiß ich nicht. Ich muss ja erst mal in den Computer gehen. Ja, weil ich habe es schon lange geschickt. Und, ich habe die Anmeldung, weil sie ein Video gesehen ist, wo Sie das gemacht haben. Hm, keine Ahnung. Oder wissen Sie es nicht? Weiß ich nicht. So, ich mach mal den Computer an. Okay. Haben Sie es gefunden? Nö, der Computer fährt doch hoch. So ist das nicht gekommen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich fahr doch den Computer erst hoch. Ach so. Aber die Musik könntet ihr da mal ausmachen. Okay, ganz kurz. Hallo? Ja. Also, sind Sie Herr Flocke? Ja, so stellt man sich seriöse Finanzgeschäfte vor. Ganz klar. Wird einfach aufgelegt, irgendwelche dusseligen Fragen gestellt und gar nicht erst drauf gewartet, dass ihr euren Rechner fertig hochfahrt. Naja, umso besser. Dann wurden wir ja halt heute nicht fertig beschissen. Aber es gibt ja noch ein zweites Video und naja, die Tante, die freut sich ein bisschen mehr, dass wir so beschissen haben. Schön, Sie zu erreichen, Herr Steiner. Mhm. Grüße Sie. Doris Hein am Apparat. Doris Hein ist da dran. Ja, ja. Ah ja, okay. Ich werde mich von der Firma 24-Panz. Ich habe auf meinem System gesehen, dass Sie schon versucht haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Aha. Ja. Und wann würden Sie, Herr Steiner, Ihr Konto schon aktivieren? Wenn Sie einen Computer in der Nähe haben? Ich habe einen Computer in der Nähe, ja. Alles klar, super. Ja. 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 Ganz logisch. Man fragt eigentlich so gleich ganz am Anfang als allererstes erstmal, ob man eine Kreditkarte besitzt. Und ja, man stellt sich gar nicht erst so richtig vor. Also man sagt einfach nur, es geht hier um ein Handelskonto und ob man eine Kreditkarte hat. Ja. Also da weiß man schon von vornherein, worauf es hier eigentlich ankommt. Eine Sekunde, lautet die E-Mail-Adresse gerold-at-medik-kanz-fun.de? Ja, hört sich richtig an. Ja. Okay. Einen Moment. Ja. Ich bin gerade fertig mit dem Schnitt hier. Jetzt kann ich nur noch Thumbnail machen und dann bin ich ganz da. Ja. Einen Moment. Ja. Ich mache die Thumbnails immer gleich mit dazu, dann muss ich nicht erst nachdenken, wie das war. Mhm. Einen Moment. Ich schreibe das. Ja. Können Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse hingehen und schauen Sie mal? Ja, mache ich gleich. Kleinen Moment. Achso. Okay. Weit ich hier. Ich mache hier gerade noch Thumbnail fertig. Achso. Okay. Ich glaube heute nehmen wir mal Lila. Ne, Lila passt da nicht so gut. Mhm. Kann man schlecht. Ja, ja. Hier so ein Pink, so ein Rosé. So. Jetzt gehe ich noch schnell auf Download. Ja. Ich mache das hier mal online. Das geht schneller. Achso. Okay. Datei speichern. So. Jetzt muss ich das hier auf den Ordner Videos ziehen. So. So. Da haben wir das Thumbnail schon. Okay. Jetzt können wir ja. Den Rest kriege ich nebenbei hin. Okay. Können Sie bitte auf E-Mail gehen? Auf E-Mail, ja. Kann ich öffnen. Mhm. Haben Sie schon eine E-Mail geschickt? Genau. Einen Link. Ja. Dann gucke ich mal. Von meiner E-Mail-Adresse Doris Heiner. Doris Heiner. 24. Ja. Ach. Es lädt jetzt hier wieder eine Weile. Es kommen so viele E-Mails den ganzen Tag rein. Man kann gar nicht so schnell sortieren, wie die E-Mails hier reinkommen. Achso. Achso. Verstehe ich. So. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht demnächst auch mal was hier mit so einer Affiliate-Links mache. Vielleicht müssen Sie aktualisieren Ihre E-Mail-Adresse. Was? Ja. Es lädt jetzt hier noch. Hier steht Suche läuft. Und dann dreht sich da so ein Brummkreisel. Mhm. 17 Uhr 47 haben wir es schon. Ach der Tag ist auch schon wieder rum. Heute haben wir aber wirklich wieder viele Leute angerufen. Ähm. Haben Sie vielleicht Verbindung auf Ihrem Computer? Ja. Ich habe Internetverwendung. Achso. Ich habe hier DSL. Mhm. Teuer die Scheiße. Ah jetzt vergab. Ne, warten wir mal. Ne, das ist noch nicht. So. Jetzt habe ich das erst mal verschoben. So, jetzt lädt er den Posteingang nochmal neu. Ja, einen neu von mir. Ja, ich gucke mal. Glaub ich. Da sind schon wieder ganz viele neue E-Mails dazu gekommen, obwohl ich gerade wegsortiert habe. Achso. Wie hieß der Name nochmal? Doris. Doris Heiner. Äh. Ne, ist noch nicht da. Achso. Schauen Sie vielleicht mal Spam? Im Spam-Ordner? Mhm. Kann ich mal reingucken, aber dann dauert es auch eine Weile. Der lädt eine Weile. So. Der ist äh... Kein Problem. Nehmen Sie Ihre Zeit. Mhm. So. Ne, im Spam-Ordner ist nur das drin, was ich gerade reingeschoben habe. Nochmal bitte? Im Spam-Ordner ist nur das, was ich gerade reingeschoben habe. Achso. Da ist jetzt die Nachricht noch nicht da. Vielleicht kann ja so lange noch ein bisschen sortieren. Hm. Darf ich mal fragen, vielleicht benutzen Sie eine App wie Anydesk oder Teamviewer? Äh, ne, die nehme ich nicht so gerne. Achso. Reicht ja schon, wenn wir 250 Euro klauen, dann müssen wir ja nicht noch die Daten vom Rechner dann auch noch mitnehmen. Achso, machen Sie keine Sorgen, ne. Äh. Ja. Hm. Natürlich hier noch. Vielleicht soll ich nochmal senden den Link? Ja, das kann man ja probieren. Okay. Okay. Man soll ja eigentlich immer nicht auf die E-Mails draufklicken, wenn man eine E-Mail bekommt, aber ich mach die alle auch. Achso. Ja. 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 Eine Mama. Ja, da findet man manchmal immer ganz neue Systeme nochmal, wo man sich dann auch nochmal beherrschen kann. Ich sag mal hier zum Beispiel, äh, hab ich, ähm, jetzt gesendet? Warte. Sie haben nochmal geschickt? Warte. Ja. 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 Kann ich mal sagen, vielleicht benutzen Sie WhatsApp, damit ich vielleicht direkt von meinem WhatsApp sende? Äh. Äh. Wie meinen Sie das? Also dem Link? Ne, in WhatsApp doch nicht. Achso. Ja, es ist ein bisschen... Komischer. Ja. Hm. Weil Sie bekommen viele E-Mail, äh, Maile deswegen und, äh. Können Sie vielleicht mich eine Mail senden? Also Sie selber? Kann ich probieren, ja. Ja. Ja, probieren Sie. Ich bestabiere. Ja, Moment. Dann gehe ich hier mal auf Schreiben, dann lade ich mir mal hier so eine neue Seite. Das dauert ein bisschen. Ja, kann ich jetzt bestabieren? Es lädt noch. Achso. Hm. Ja, und jetzt? Es lädt immer noch. Ich bin langsam gerade. Achso. Ja. Hm. Hört mal nochmal ganz genau hin. Meine Güte, Sie können gerne die Polizei anrufen, hat der Typ im Hintergrund gesagt. Hm. Dieses Callcenter hat voll öfter so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinen Kunden, die sich da so ein bisschen drüber aufregen, was da so am Telefon passiert. Entweder war vielleicht einer von uns hier an der Leitung, also von den Scambatern, ja, oder einfach ein Kunde, der das Ganze eben durchschaut hat und sich nicht hat verarschen lassen. Wer weiß. Interessant ist es auf jeden Fall, dass man sowas im Hintergrund auch mal hört, dass sie dann eben auch Diskussionen mit anderen Leuten führen. können. Können Sie wahrscheinlich Ihre Smartphone benutzen, also den E-Mail? Wahrscheinlich geht es besser. Ja. Oder bekommen Sie ganz schnell die Nachrichten? Nee, das will ich dafür nicht nehmen. Das ist ja am Computer schon ganz gut. Ja, aber es ist ganz so langsam. Jetzt hat er die geladen, ja. Jetzt dann an welche E-Mail-Adresse soll ich das hinschicken? Schreiben Sie da Doris. Doris, Moment, Doris, ja. Mhm. Punkt. Punkt. Heine. Also Heine. HW Heinrich. Ja. EW Emil. Ja. EW Ida. Ja. Elvie Nordpol. Ja. EW E-Mail. Ja. Dann kommt Ed. Ein Ed, ja. 24. Eine 2, eine 4, ja. Ja. F wie Friedrich. Ein F. Ja. Ja. U wie Udo. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Doha. Ja. S wie Siegfried. Ja. Punkt. Ja. Ida Otto. Okay. Senden Sie mir ein Hallo oder eine Nachricht. So, hab ich geschickt, ja. Okay, warte ich. Mhm. Ja, hab ich bekommen. Okay, was hab ich geschrieben? Primmel Menschen. Ja. Ja. Moment jetzt. Ja. Jetzt schicke ich Ihnen direkt den Link. Ja. Ja. Jetzt haben Sie bekommen. Ja. Ja. Super. Öffnen Sie bitte den Link. Mhm. So. Muss ich mal schnell den Torbrowser kopieren. Mhm. So. Ja. Die lädt jetzt hier hin. Und dann? Okay. Und sagen Sie mir, was schauen Sie? Name, Nachname, E-Mail? Telefonnummer und Telefonnummer. Ja. Und so weiter. Warum nehmen wir da jetzt eine andere Seite? Ich kann doch hier auf dieses 24 Pfund EU drauf gehen. Ja. Natürlich können Sie auch von unserer Seite probieren. Das haben wir von der Bank den Link bekommen. Ach, die Bank hat den Link gemacht? Ja. Warum? Damit Sie die Einzahlung schaffen. Ach so. Also betrübt sich das damit einfacher. Hallo? Hallo, was meinen Sie damit? Ja. Ich muss jetzt weiterleiten mit der Finanzabteilung. Oh weia. Ich bin 24 Pfund. Ja. Habe ich hier Ihren Ausweis bekommen? Ja. Und alles, ne? Ihre Daten? Ja. Ja, Herr Steiner. Und dann? Was ist jetzt dann mit dem Ausweis? Hallo? Hallo? Haben Sie schon geschrieben? Wer ist denn da jetzt? Also, Bela ist da. Haben Sie schon Ihren Vornamen geschrieben? Nee. Warum? Wissen Sie nicht, wie Ihr Vorname lautet? Na doch, aber ich bin doch jetzt hier erstmal auf eurer Webseite. Okay, dann zeige ich Ihnen kurz. Bei der Vorname schreiben Sie den richtigen Vornamen. Wissen Sie, wie Sie heißen? Ja, aber hier steht ja nichts mit Namen. Hier ist ja Create Account und Access Account. Ja, weil Sie sind ja nicht in der richtigen Seite, weil Sie ein Dumm sind. Wieso beleidigen Sie mich jetzt? Ja, weil Sie haben schon eine E-Mail geschickt. Wenn Sie spielen möchten, dann gehen Sie auch in einen Kindergarten mit dummen Leuten zu Wienern. Aber ich gebe aber Betrügern nicht mein Geld. Oh, es tut mir sehr leid für das, aber Sie sind bei den feindsten Personen. Ja, aber ihr seid auf jeden Fall Betrüger. Nee, das kann ich Ihnen sicher machen. Nee, das können Sie gar nicht. So, gehen Sie in einen Kindergarten und spielen mit den dummen Leuten das, ja? Ja, betrügen Sie schon lange die Leute. Jo, und dann war sie ganz schnell weg. Tja, dass dieses Callcenter hier definitiv Betrüger sind, das haben wir ja in einem kurzen Ausschnitt gehört, wo es eh schon um die Polizei im Hintergrund ging und der Mann ja da laut genug gebrüllt hat. Tja, ich glaube, da werde ich wohl nicht der Einzige sein, der da gleichzeitig bei denen in der Leitung war. Ja, und tja, diese Firma auf jeden Fall nicht seriös fand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, dann drückt gerne auf Abonnieren, am besten mit Glocke. Dann gibt es da immer eine Information, wenn es was Neues ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben. Ansonsten seht ihr hier jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.